Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. So, jetzt wollen wir mal gucken. Gehen wir hier schnell raus, wir müssen eben schon mal schauen, wo wir hin müssen, ne? Also interessant, ja, ja, ja. Hier komm ich raus, verdammt. Ist der immer noch da drunter? Der alte Pitzelpitzel, der ist weg. Na gut, tschüss. Neues Ziel zur Olocarte hinzugefügt. Okay, das ist da hinten. Lol, Alter, wie soll ich denn da hinkommen, du? Und guck mal jetzt hier, überall sind die Wege, du, da kann ich jetzt hier lang. Ach du Scheiße, ach nee, das war ja das mit den Kugeln, hoho. Kannst du jetzt durch? Nee. Hier unten ist eine Tür, stimmt, aber da hätte ich schon vorher durchgekommen, und da bin ich noch nicht hingegangen, jetzt muss ich den ganzen Weg da wieder hinlatschen. Ey, Schraß da was. Wie kann ich das mal noch nicht öffnen? Ärgerlich jetzt, ne? Man kann aber natürlich mal ganz kurz gucken. Ich habe hier alle drungen gefunden, aber das Geheimnis tatsächlich noch nicht. Auch keine Ahnung, wo das Geheimnis sein soll, ja. Hier drinnen bestimmt. Und das sieht man hier, der liegt auf jeden Fall immer noch da. Das ist doch ganz gut so. Der soll mal schön in Schnauze halten. Das sieht mir doch sehr geheimnisumwoben aus. Oder auch nicht. Okay. Aber hier gibt es doch bestimmt Geheimnisse ohne Ende, theoretisch. Praktisch jetzt nicht so, aber ich muss mal ganz kurz den Sound vom Spiel ein bisschen leiser machen, weil der ist sehr laut. Gut, gut, gut. Wir können da durch, wir können hier durch. Das haben wir alles geöffnet, alles kein Problem. Das gehört aber bereits zum, nee, das geht immer noch zu dem Gebiet. Also auch der Hangar. Da komme ich aber, glaube ich, hier hin. Ne? I think so. Ach, Ratte. Oh, was denn hier? Da ist eine Treppe. Ah, hast du das gehört? Er schießt den Jedi? Was denn hier los? Ich glaube, es hat jung. Guck mal, wo ich hier bin. Ich bin einfach auf dem Dach drauf. Das ist ja krass. Ja, jetzt bin ich hier so. Und denke mir, die Haar. So, drei geschickte Ibel sind da weg. Na, sag ich mal jetzt. Das gehört schon wieder zu. Nee, das gehört immer noch dazu. Alter, keine Ahnung, wo dieses Geheimnis sein soll. Das kann ja hier überall quasi sich verbergen. Wie komme ich da auch noch wieder zurück? Das ist voll dumm, der Weg. Dass ich den Weg nicht am Anfang gegangen bin, ne? Wie komme ich da wieder zurück? Wahrscheinlich nicht. Hochen. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö liegt eine lange reise ja diese alten gräber sind nicht deshalb noch erhalten weil sie leicht zum schiff bist du durften in die herausforderung an das sehe ich sollte dass du an das glaubst was wir erreichen könnte das geheimnis sein anfangs war ich unsicher verständlich du warst auf bracker lang allein wahrscheinlich die vom hohen rat erwartet und stattdessen hast du uns und ihr habt nicht ob das schlechter ist keine ahnung cool dann war seine ist hier vielleicht geheimnis drin das ding ist als ob ich mir gemerkt hätte ja wie ich jetzt wohin komme also immer wieder weg ausgericht analytischer würde man weg den und weiter geht aber hier bin ich der meinung habe ich mir noch alles soweit an ist ich weiß es gibt ja insgesamt noch kisten ist denn da oben da oben ist doch irgendwas ist da doch ich kann mir dass ich angucken ist unmöglich es gibt ja insgesamt noch kisten die kann ich konnte ich also können aber jetzt und ich glaube ich muss irgendwie finden ich habe doch keinen plan wo du willst wo ich hingehe die ganzen abkürzungen als ob ich noch weiß wo die abkürzungen hier dann gehen also jetzt mal ohne witz hier habe ich alles gefunden hier fehlt mir das geheimnis noch ich glaube 87 prozent ich muss das geheimnis finden dann bin ich bei 100 dann habe ich es auch aber wo es ist keine ahnung ja könnte ich jetzt machen aber unnötig meiner meinung nach brauche ich nicht das ist nämlich wieder hier das habe ich mir gemacht das heißt ich kann jetzt auch den weg hier geradeaus dann komme ich hier rüber hier kann ich nochmals speisern dann kann ich hier die abkürzung nehmen dann bin ich ja schon wieder da oh der feind ist unter uns der feind ist unter uns ja oh ich bin hart am blocken 2 auf 1 streich möchte ich mal gesagt haben muss man auch erstmal hinkriegen so dann nehme ich hier lang dort lang dort lang gehen haben wir jetzt welche aber ich bin trotzdem da ich habe mir gedacht hey hier bin ich und du nicht so war das damals vor fünf minuten so meditieren hier meditiere ich tatsächlich weil ja warum nicht da muss ich den ganzen weg nicht wieder hinlaufen habe ich keinen bock drauf das ist mir zu nervig so dann gehen wir hier also durch und wir sind hier und wir sind dort jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen ich muss da lang weil das ist kurz weg wir sind jetzt ein kurz streckenläufer nur noch da komme ich auch viel schneller an wo ich hin will hoffe ich letztlich weiß ich es natürlich nicht so genau aber wird schon hallo hoch ein schnauze daneben gehauen doof ok wir gucken noch mal auf die karte wo müssen wir denn hin wir sind nämlich jetzt hier wir müssen es ist eigentlich egal wir können diesen weg nehmen oder wir nehmen diesen weg weil ich muss letztlich sowieso nicht in die richtung ne ich muss nämlich da lang ah richtig ach wieder den rutschigen weg alles klar the flutsch way of your life so was geht ach hier ist das seite immer noch ach stimmt hier sind die dinge hier kannst du ja auch auf andere ebene kommen und so richtig 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 leider nicht aber brauchen wir nicht ach komm da seh ich mich nicht anwesend so danke gut wir müssen jetzt mal gucken da war ich schon war ich da schon drin sehr unsicher was das angeht ich glaube letztlich muss ich hier lange mhm mhm glaube ich schon hi boys oh nein ein eindringling dich zu erledigen okay dann ist er cool so schnell kann er nicht sein oh ah warte mal und du hältst dich für einen Jedi nö aber alle anderen ich hab das mit dem ausweichen noch nicht probiert wo geht wo geht's denn hier eigentlich hier habe ich hier den kompanschluss bekommen oder brauche ich den hier um weiter zu kommen hier habe ich den gekriegt ne was ist denn da unten heute mal aha wie kann ich jetzt hacken was meinst du das konnte ich nämlich vorher nicht richtig und wir haben eine kiste ja jetzt mach sie doch mal auf diese kiste bitte willst du nachsehen nee du hast was gefunden wow so ich vermute das ist mein weg da oben das ging vorher glaube ich auch schon habe ich noch nicht gemacht dann muss ich theoretisch aber noch mal hin weil hier noch eine Truhe sein müsste und hier ist noch eine Truhe die ich nicht gefunden habe hier sind sogar noch zwei Truhen ist klar natürlich nur zwei Truhen ist ja klar so aber hier müssten wir jetzt theoretisch der weiter kommen oder ja weil mit dem sehen wir nach was dahinter ist mit dem kopf kommt anschluss hi boys ne ich hab den ruiden jetzt weg gemacht das wollte ich nicht ja hier das ist nämlich mehr sachen zurückschleudern ist doch viel geiler da haben wir das ach man der aufzug braucht doch aber den aufzug versperre ich mir jetzt hier was meinst du nett ist egal sind gleich wieder da aber ich kann speichern ja verschwendet eure energie nicht mit einem fehlenden artefakt ich werde mich selbst darum kümmern gut ok punkt aber ich glaube jetzt bringt mir ein punkt tatsächlich nichts mehr ich brauche ja mindestens zwei ah ne doch ich kann das nochmal machen mache ich jetzt brauche ich zwei punkte ich habe auch zwei ein luftangriff damit mit dem kerl gegner seiner nähe bei der lande zu oh ok das ist auch nice jetzt sind die ja wieder da aber das ist kein problem das kriegen wir auch hin ich habe schon wieder den kaputt gemacht ok warum so tschüss mein Gott manchmal gereicht einer um ne manchmal nicht das ist alles sehr verwirrend geht es hier rein ne ist zu aber wir sind auf jeden Fall schon mal ein Schritt hin weiter gekommen denn jetzt geht es hier natürlich noch in ganz andere Sphären die wir vorher gar nicht gedacht hätten an die es geht du äh du äh kannst das mal ein Witz was wählen ha keine Ahnung warum achso 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 ich habe schon vorher gelacht ich wusste wo es drauf hinausläuft ne wollte ich nur gesagt haben nein warum ist das manchmal nicht so verwuschelt das würde ich nicht haben bestimmt Machtverwuschelung man kennt es ja immer alles positiv sehen danke Kumpel ja warum nicht äh hilf mir bitte du bist schnell du bist schnell oh ne aua ne ne jetzt hörte mal auf du schießende würde mach den erstmal weg den Boy jetzt seid ihr dran ich werde auch alleine mit ihm fertig naja wirst du bestimmt naja wirst du bestimmt tschüss 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 weißt du also wenn er mehrere schüsse macht die kann ich nicht alles äh das finde ich doof selbst wenn du schnell einander drückt das bringt halt nichts ne mit dem anderen ein bisschen mehr vielleicht aber insgesamt nicht so geil okay hier komme ich nicht weiter gut da muss ich von der anderen seite anschein kommen kein problem kriegen wir hin irgendwann nicht jetzt warum geht es so komisch mich hat neulich ein fehler gewischt seitdem hat mein gelächter ein merkwürdiges klickgeräusch okay da kann ich wo wie kann ich wo was kann ich hier bitte machen ach ich kann wo ich wahrscheinlich eine andere fähigkeit für aber die kriegen ja vielleicht nein nein wo es ist weg toll ich wollte doch mit ihm reden also wo 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 2 wo wo was wo 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 abkürzung freigeschaltet wo ist diese abkürzung einer ach hier in dem raum guck mal 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 interessant jetzt möchte ich für meinen teil natürlich wissen gibt es die möglichkeit dass man hier jetzt gleich speichern kann weil das wäre natürlich super und da bin ich gekommen das heißt da muss ich noch nicht hin da muss ein wenn hier irgendwas machen das heißt ich muss hier weiter annehmen muss gar nicht muss hieran hier hieran genau hier um und die sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht auch bescheuert was denn hier los so wir brauchen nicht damit speichern kann ja wir gehen mal hier runter noch mal gucken was passiert und an dieser stelle wenn wir uns hinsetzen und freuen weil wir können uns ausruhen das spiel speichert und ich bedanke mich bei euch fürs einschalten hoffe ihr seid beim nächsten mal ich muss gucken muss f9 da wird beim nächsten mal wieder mit dabei und bis dahin rein